servus grüßt euch heute geht es wirklich darum ein eigenes tür smart part zu programmieren wir machen das ziemlich easy peasy wir erzeugen zwei boxen die farblich veränderbar sind die oberfläche ist veränderbar und ja das ist wirklich in zwei kurzen video abgearbeitet ich zeige euch wirklich wie ihr die funktion überhaupt in eure action bar gelangt damit überhaupt das skript starten könnt damit ihr überhaupt die tür verknüpft mit eurer öffnung all das sehen wir bitte lasst auch gerne ein leichter das ist wieder profi wissen dass ich eigentlich ungern umsonst freige aber da ihr alle so nett immer seid und mich so fleißig unterstützt kann ich sowas machen und wenn das weiter so geht kann ich hier mehrere teile aufbauen also lasst dem video ein like da und unterstützt mich mit eurem abo jetzt geht's los servus grüßt euch heute geht es um türöffnungen oder türblätter und das über smartparts um das ganze zu erstellen braucht ihr erstmal eine wand die habe ich mir hier abgelegt da gehe ich davon aus das packt ihr noch ohne meine hilfe dann holen wir uns erstmal über das zahnrädchen eine funktion die ihr benötigt um überhaupt zwei funktionen ist besser gesagt um das ganze hier zu erstellen wir geben hier das markt dort ein drücken am enter und gehen hier auf weitere funktionen ihr braucht genau zwei stück einmal smartpart erzeugen und einmal smartpart mit skript modifizieren das zieht ihr euch hier in die actionbar rein ich habe dafür schon das ganze erstellt bei mir bei subgrade ich habe hier einmal die funktion smartpart mit skript modifizieren und smartpart erzeugen da geht ihr auf speichern und dann könnt ihr auch schon loslegen im rohbau werde ich mir jetzt einfach eine tür einfügen zum beispiel hier bestätige das dann sehe ich ja hier ist eine tür drin das könnte ich zum beispiel schon her gehen und mit mein smartpart mit skript modifizieren hier reingehen und diese tür mir abschauen was hier so programmiert wurde ist aber erstmal viel zu komplex für euch auch für mich was da alles drin steht ist ja schön ich gehe jetzt einfach her und löscht aus diesem grund dieses smartpart raus ich schaue dass ich mit meinem mauszeiger auf dieses smartpart kommt und klicke einmal dann escape ich ich füge ein neues smartpart ein also smartpart erzeugen und gebe hier auf diesem teil ein und nenne das ganze tür und ihr habt jetzt für youtube zeit dass dieses video verbreitet wird einfach auf liken zu klicken ich warte fünf sekunden wenn ihr das gibt dauert es genauso lange wie leiten also leichter das video und unterstützt mich so den typen werden wir aus auf tür und wir haben jetzt den namen einfach auf tür youtube den wir uns noch tutorial erstellt ich sage einmal ok dann werden wir hier die gängigsten parameter die man dazu benötigt schon mal angelegt ich habe hier leere skripte dazu noch später mehr und ich bestätige einmal mit ok dieses diese smartpart muss jetzt noch irgendwo einfügen und das bewegen wir über die öffnung und dann seht ihr in meinem fall ist magenta bei euch vielleicht gelb sein standard einstellung von alplan magenta ist bei mir hilfskonstruktion und wenn ich hier drin bin dann klicke ich einmal rein so jetzt escape also mit escape wir holen uns das skript wieder mit der smartpart mit skript modifizieren und klicken hier einmal rein was haben wir jetzt wenn ihr uns das ganze im 3d skript hier oben anschauen können wir hier einmal auf diesen play button drücken und uns wird hier in 3d erstmal eine referenz dargestellt ihr könnt euch bestimmt schon denken was es ist es ist genau diese öffnung die wir hier erstellt haben alplan weiß jetzt hier eine referenz box es baut sich eine unsichtbare box auf die immer genauso breit das breit lang und hoch ist wie diese öffnung wenn wir uns das ganze so anschauen dann ist rot die achse dies übrigens x wie immer in alplan also diese breite y ist grün das ist diese breite x ist wie mir aus die länge auch und blau ist die z-achse das ist also diese höhe und unser referenzpunkt von dem wir ausgehen um 3d zu modellieren ist genau an diesen pünktchen da startet das ganze bei uns dort ist unser referenzpunkt wir können das hier wieder in süden und weiter anschauen oder auch von oben wir können anhand der achsen sehen wo wir uns gerade befinden also die z-achse sehen wir nicht denn die ragt gerade so raus aus dem computer und hier ist y ist x ok mehr brauchen wir erstmal nicht wissen was man bei türen und fenster am häufigsten braucht für ein element und das ist das einzige was ich euch heute zeigen werde das ist eine box um eine box zu zeichnen braucht man einfach nur den befehl box eingeben allerdings hier aufpassen im 3d script und es muss auch aktiv sein mit der box wird noch gar nichts gemacht wird die box weiß weder länge breite höhe das könnt ihr jetzt hier unten sehen das ist die syntax die box braucht ein a b und c und a steht eigentlich für die für die breite länge und die höhe also das könnte wir könnten jetzt das so angeben abc und gibt das ein wir werden nichts erstellen denn die box hat mich jetzt die werte abc und a ist 0 b ist 0 und c ist 0 wir könnten jetzt hergehen und sagen a ist gleich 1,0 dann wäre a 1 meter wir könnten auch hierher gehen und anstatt b 2 meter eingeben wir könnten anstatt c nachdem wir hier noch c ein c ist gleich 2 meter wir erstellen das ganze und wir sehen jetzt dass a 1 meter hier die breite trifft fast unsere öffnung wir haben wahrscheinlich 1 meter 1 breite breite dann y ist wenn wir nach von oben schauen hier das hier und das ist 2 meter und die höhe ist ebenfalls 2 meter jetzt können wir das ganze so machen und sagen ja wir wollen ja die breite von der tür haben also mal auf der wand haben gehen wir hier so ein und ein meter 1 soll a sein jetzt haben wir das so ungefähr und dann brauchen wir noch die höhe also ist es war nicht gedacht denn die tür soll sich ja anhand der der achsen orientieren oder der der koordinaten der referenzpunkte sorgen wie machen wir das ganze jetzt schöner wir erzeugen die box nicht anhand von abc sondern an den referenzen das heißt wir geben jetzt hier einfach mal rev x ein ihr seht dann wird das ganze auch gelb geschrieben das ist eine vordefinierte variable die findet ihr übrigens auch im parameters gibt hier wieder dort findet ihr auch den wert der aktuell gegeben ist und der referenzpunkt x gibt sozusagen die breite oder die länge ein die jetzt von der öffnung ausgehen ebenso seht ihr y das sind die 25 also die wandbreite oder die öffnungsbreite die öffnungsbreite müssen wir eigentlich sagen und der z wert ist 228 5 das ist die höhe die der öffnung momentan also können wir jetzt einfach hier gehen und diese werte in ref x ref y ref z nicht sagt nicht sie eingeben soll wir löschen den oberen drei raus und klicken hier wieder auf ok und schon wird die box erzeugt und wie beim lesen wird von oben nach unten immer alles programmiert das heißt wenn wir zum beispiel jetzt eine farbe einstellen wollen wenn wir die color one erstellen color one ist in alplan schwarz das ist hier nach dieser nummer gegeben da könnt ihr euch durch durch schauen welche farbe formnummer ihr braucht und dann können wir jetzt noch mal auf play drücken und das ganze ist schwarz würden wir allerdings die color hier drunter schreiben dann würde das ganze wieder blau werden denn die color wird erst danach abgefragt wenn wir dann eine zweite box erstellen würden zb color one mit halber höhe dann würde das ganze so aussehen jetzt haben wir hier eine große box in blau und darunter eine box in schwarz ich bestätige das ganze mal mit mit ok damit wir sehen was wir hier getätigt haben allerdings überdeckt jetzt die blaue box auch die schwarze box und deswegen friemelt dass ihr nun seht ihr das wollen wir vielleicht nicht deswegen sagen wir wir brauchen zwei boxen eine schwarze eine blaue die sollen übereinander stehen ich verkleinere das ganze wieder die wieder in meinem parameter skript und hole mir jetzt wieder die tor die tore ich mache also auch die blaue box nur halb so groß und die ist jetzt hier unten ok jetzt müssen wir die box die erste box nach oben verschieben ich möchte jetzt dass die schwarze box verschwindet weil die stört mich jetzt beim programmieren weil ich sehe das blaue nicht dann kann ich das ganze hier entweder weg löschen oder ich werde das aus kommentieren aus kommentieren ist einfach wir stellen ausrufezeichen vor den zeilen hin und schon wird das ganze in grün dargestellt das bedeutet das ist ein kommentar mit kommentare könnt ihr einfach euch selber hinschreiben was ich hier gerade ausgeführt habe zum beispiel diese box orientiert sich an der öffnung also ihr könnt zum beispiel auch hinter einer funktion einfach ein ausrufezeichen schreiben um euren code verständlicher zu machen so jetzt füge ich das ganze aus und ihr seht nur noch die blaue box denn die ist jetzt hier jetzt wollen wir die aber nach oben verschieben und wie am anfang gesagt bei den parametern hier hier unten ist unser startpunkt das heißt wir wollen aber unseren startpunkt jetzt nicht hier haben um die box zu erzeugen wir wollen den startpunkt nach oben in z-achse verschieben um die halbe box und hier den startpunkt haben und die box erzeugen also gehen wir wieder in unser 3d skript und sagen wir transferieren den startpunkt mit trends jetzt haben wir die möglichkeit entweder trends aus auszuprobieren da können wir gleich drei koordinaten verschieben in x y und z wir könnten trends x nur nutzen um nur noch x zu verschieben trans y nur in y oder z nur in die z-achse und trends to ist immer der befehl wenn es um 2d verschiebungen gibt oder immer wenn eine 2 dabei ist geht es immer ums 2d skript hier haben aber ein 3d skript wir wollen ja bim-konform unterwegs sein und dann nehmen wir hier trends set so um wie viel müssen wir jetzt nach oben wir gehen jetzt nicht hier und holen uns den referenzwert 2 28 5 und teilen den durch 2 nein wir nehmen natürlich die variabel referenz z durch 2 wir klicken steuerung c an und fügen das mit ein leerzeichen hinter recht wenn wir jetzt das ganze ausführen dann sehen wir dass diese box hier oben erscheint coole sache schon mal jetzt könnten wir das wieder aus kommentierung entfernen dann werden die ausruhe zeichen am anfang der teile entfernt und die schwarze box erscheint wieder jetzt ist die hier oben die schwarze box wollen wir aber hier unten haben jetzt gibt es mehrere möglichkeiten wie wir die schwarze box nach unten bringen wir machen hier mal ein ausrufe zeichen und ich mache da immer so minus zeichen um ein paar um ein paar separator um ein paar unterteilungen zu erzeugen das können zum beispiel hier das ganze hier oben reinschreiben box blau oben dann schreibe ich schon alles falsch so blau und oben muss man eigentlich klein schreiben ich schreibe es jetzt einfach alles groß box schwarz unten so jetzt die mehrere möglichkeiten die es einfach wieder in der programmiersprache gibt wir könnten jetzt einfach sagen ja dann transferieren wir halt einfach den punkt wieder nach unten einfach mit minus und schon werden wir sehen die schwarze box ist unten die blaue box ist oben wir prüfen das einfach einmal nach in alplan ob jetzt das ganze so verfriemelt ist nein es ist nicht verfriemelt schwarz und blau sind hier so wir gehen wieder rein in das skript und sehen jetzt wieder hier wieder unsere zwei boxen wir hätten jetzt auch folgendes machen können wir hätten auch restore one eingeben können was heißt restore one also wenn ich hier als auf play drückt funktioniert das ganze mache ich restore null passiert nichts restore heißt einfach er wird einen rotation oder bewegungsmodus oder eine bewegungsfunktion rückgängig machen genau und dadurch habe ich aber gesagt okay ich will diesen trends set wieder rückgängig machen ab dem punkt und dann die color one dann die box erstellen wunderbar jetzt gibt es noch weitere funktionen die vielleicht wichtig sein könnten wie so eine tür benutze ich selber nie weil ich mache einbauteile aber der heißt model und mit model kann ich hier wieder die syntax anschauen also erstmal modell ist einfach der syntax sehen ich geben muss und dann noch einen type als ein irgendein typen und die typen sind vor definiert da gibt es drei stück wire surface und solid das heißt das eine wire ist heißt der draht also ein draht modell kennt ihr surface das heißt wir haben nur oberflächen und wenn man durch schneiden dann ist es innen hohl und solid ist dann ist innen ausgefüllt jetzt könnten wir daher gehen und wieder sagen also ich schreibe mal die drei befehle hier raus die kopiere ich mir einfach schmeiße mir da mal hin und kommentiere die aus ansonsten funktioniert gar nicht also ich kommentiere die aus jetzt sagt alban schon moment du hast da einen fehler denn du hast hier nichts angegeben wir könnten jetzt hier vorher eingeben dann gehen wir das einmal ein bestätigen und der cd hier ist alles durchsichtig ich gehe wieder in den in das kript rein und jetzt möchte ich aber das war ja surface oder solid zum beispiel eingestellt werden kann im dialog skript dazu müsste ich jetzt sagen okay wie heißen das modelltyp modell typ jetzt habe ich eine eine variabe erzeugt die heißt aber erstmal nichts weil die modelltyp ist nicht gefüllt jetzt könnte ich einfach hierher gehen und sagen modelltyp ist gleich anführungszeichen war ja wenn ich das jetzt erstelle aha geht nicht geht so okay 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 das ist dann doch nicht so einfach dass man das modell über wire steuert wir machen so modelltyp draht und jetzt stellen wir hier eine if close rein wir sagen if modelltyp ist gleich draht wenn modelltyp wire was haben wir jetzt erzeugt eine if close also einfach eine schleife eine verzweigung das heißt wir prüfen ob der die variabel modelltyp draht heißt und wenn die der modelltyp draht heißt dann macht doch bitte das draht modell jetzt können wir auch auch das ganze hier mit end if dann schließen ansonsten funktioniert das ganze nicht ich lösche es mal weg dann heißt es hier hey dein if hat kein end if außer wenn es nur eine einzige zeile ist die du mit if herausfinden willst dann kannst du das auch hinter den then stellen dann brauchst du kein end if dann funktioniert das auch jetzt könnte ich zum beispiel hergehen das dreimal und hier wie nennt man das auf deutsch eigentlich so ja oberfläche oberfläche dann surface und solid ist solide oder so da unsere modelltyp jetzt immer draht ist wird auch unser modell immer im draht dargestellt das wollen wir jetzt aber ändern indem dass wir hergehen und sagen im dialog script können wir den modelltyp wählen aber hier erscheint er jetzt nirgends dann müssen wir irgendwas noch fabrizieren wir gehen in dem fall in das parameter script und sagen modell typ habe ich so schlimm dass wir hier geben wir jetzt ein paar sachen vor modelltyp aber wie geben wir sachen vorbilden wir gehen jetzt eine liste vor was im modelltyp auswertbar ist also ein string variable in der liste gibt es mehrere strings und das geben wir an mit volume wird ich starte mal so volus doppelklick seht ihr schon es wird blau hier erscheinen anführungszeichen ich gebe hier modelltype ein anführungszeichen und wenn ich hier auf volus geht wie funktioniert das ganze das heißt ich kann hier eine definition angeben wird einfach mit leerzeichen vordefiniert und wenn ich einen weiteren wert haben möchte mit komma und das kann ich unendlich fortsetzen das heißt leerzeichen modelltyp draht komma was was oberfläche oberfläche und solide ich habe keine ahnung ob das wirklich so ist aber jetzt gehen wir mal auf ok hier auf doppelklick und können das jetzt noch nicht einstellen weil wir im dialog script dem modelltyp hier noch nicht angefügt haben das heißt die gibt es hier und hier aber die greifen noch gar nicht aufeinander zu denn der modelltyp dieses dieses attribut ist noch gar nicht so script übergreifend damit das greift gehen wir hier ein parameter ein und den nehmen wir jetzt hier ich habe es noch in der in der auswahl hier modelltyp wir müssen jetzt noch den typ eingeben ob es ein string integer oder floating ist also eine ein text eine ganzzahl dezimal zahlen und weiter und in unserem fall ist es einfach ein text wir können jetzt hier noch eine beschreibung eingeben definiert das 3d objekt nach äußerlichkeiten ich weiß nicht äußerlichkeiten die äußerlichkeiten wir können noch eine gruppe hinzufügen und könnten jetzt sagen das ist jetzt unser unsere youtube gruppe wir könnten das ganze noch mit dem attribut brauchen jetzt in dem fall nicht und der wert den brauchen jetzt noch gar nicht eingeben denn den werden wir über das interface eingeben klicken einmal ok gehen auf parameter nach auf dialog script hier einmal ausführen und jetzt seht ihr hier standard und hier youtube und hier können jetzt genau diese drei sachen auswählen und das üben wenn wir jetzt mal in der praxis an einmal ok wir haben hier das draht müssen natürlich smartpad ausführen ich bin heute ein bisschen blöd youtube wir stellen das auf oberfläche genau und das ganze hat sich geändert ja solide schade jetzt von der oberfläche genauso aus von dem her belassen wir es mal ich hier wieder in das mape rein in das skript und ihr habt jetzt schon mal eine kleinigkeit hier eingebaut jetzt könnte man zum beispiel auch noch sagen ja wir wollen die farbe darüber definieren also welche farben oben und unten dafür definiert werden dann gehen wir wieder hier in das parameter skript und sagen jetzt einfach mal her hier farbe 1 gehen wir hier auf farbe beschreibung der der obere blog gruppe youtube und ok und dann noch eine farbe 2 hier wieder farbe 2 der untere blog eine gruppe youtube definieren ok und jetzt können wir im dialog script wieder hier farben auswählen hier der obere blog und weiter wenn wir das ganze aber jetzt anwenden dann interessiert das unsere blogs noch gar nicht weil wir haben diese attribute noch gar nicht zugewiesen das heißt wir müssen jetzt hier wieder mit karl eine farbe zuweisen und anstatt dass wir 12345 schreiben schreiben wir jetzt hier farbe 1 ok und jetzt wird sie weiß wie im dialog skript vorgegeben wir ändern das ganze mal auf magenta anwenden die zweite farbe machen wir mal türkis oder teal ich kopiere mir ich schreibe hier farbe 2 rein und jetzt führe ich das ganze aus und jetzt seht ihr das hat das ganze angenommen mit dem button dem mit dem button hier wer werdet ihr gleich sehen wird das skript schön gemacht da wird es gesäubert da werden alle begriffe groß geschrieben die jetzt klein sind und so weiter und so schaut es dann im ganzen aus jetzt wenn ich auf ok klick haben wir einfach eine tür die wir anklicken können wir können schon mal die farben ändern und wir könnten zum beispiel die oberfläche ändern schließen das ganze und dann haben wir das so schön abgeliefert würden wir können jetzt die untere farbe nicht die erkennen wir nicht das ist jetzt erstmal das erste was wir hier erstellen sollen wir sonst noch etwas hinzufügen ich glaube das reicht für dieses video wenn euch das gefallen hat dann lasst gerne einen daumen nach oben da wenn ihr sagt dann schaut aber das nächste an und abonniert den kanal um keine weiteren videos mehr zu verpassen servus ciao euer peder